Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video zum Samsung Galaxy S7. Samsung liefert zusammen mit seinem Galaxy S7 Edge hier auch diesen Connector aus. Der Connector dient dazu, Daten von meinem alten Handy hier, ein OnePlus One, auf mein neues zu übertragen, ohne irgendwie kompliziert einen Computer oder einen Online-Speicher dafür zu benutzen. Dazu gibt es die Smart Switch Mobile App. Wir klicken hier einmal drauf, stimmen den ganzen Zusagen der App, welches Betriebssystem mein altes Handy hat und dann wählen wir aus, dass ich fange und müssen jetzt als nächstes oder als erstes noch schnell die Smart Switch App auf der anderen Seite installieren. Was ich vorher nicht wusste, das mache ich nun einmal. So, da mein OnePlus One mit seinem Betriebssystem nicht kompatibel ist, habe ich jetzt hier einmal gewechselt und bin jetzt hier auf eine Galaxy S5 gewechselt. Dieses sagt mir nun, dass ich jetzt schön Inhalte, sehr schön, Inhalte übertragen kann. So, und dass hierfür jetzt die Inhalte meines alten Handys durchsucht werden. Also es scheint grundsätzlich nicht generelle Kompatibilität schon auch nicht unter Android-Geräten zu geben, wobei man auch sagen muss, dass OnePlus One mit seiner speziellen cyanogenen Mod Android-Version ist da vielleicht auch einfach eine Ausnahme. In solchen Fällen muss man leider sagen, wird man dann nicht da ringsherum kommen, das alte Handy an einen PC anzuschließen und die Daten vom Handy auf dem PC und vom PC wieder auf das neue Handy zu übertragen. Interessant ist, über diesen Zusammenschluss der zwei Handys wird das mit angeschlossene Handy auch netterweise gleich mitgeladen. So, und jetzt ist der Suchlauf einmal durchgelaufen und wir sehen hier, wir hätten jetzt hier 46 Minuten Zeit, die das Ganze dauert, ca. 4 GB, dafür werden kopiert, 21 Kontakte, S-Planner-Inhalte, Memos, Anrufprotokolle, Anwendungen, Wi-Fi-Verbindungen, Hintergrundbilder, Nachrichten, eigene Bilder, Musikvideos und alles, was so auf dem Handy enthalten ist. Ich könnte jetzt hier auch noch die SD-Karte mit dazu nehmen, dann sehen wir, ups, das übersteigert meinen Speicherplatz ein wenig, das liegt an den vielen Videos auf der SD-Karte in dem Handy. Prinzipiell kann ich aber so jetzt ohne Probleme Daten übertragen, ich würde jetzt hier einfach nur noch einmal auf Starten klicken und das Ganze würde sich dann von alleine zwischen den zwei Handys synchronisieren. Ich müsste halt nur, so wie wir es jetzt hier ausgewählt haben, ca. eine Stunde warten. Ja, also eigentlich eine netterdachte Geschichte von Samsung, die leider nicht auf allen Handys funktioniert. Alte Samsung-Modelle bieten diese Möglichkeit, das OnePlus One nicht. Das war's mit diesem kleinen Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.